hallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem blog trainer youtube kanal heute mit einem super interessanten thema denn wir sehen dass die adoption zumindest die bestrebungen bitcoin weiter in den mainstream in die ganze wall street welt zu bringen voranschreitet und das mit wirklich großen schritten das schauen wir uns heute an und wir schauen uns zwei sehr interessante fälle an die wir hier unbedingt mal im breite breiteren rahmen rund um das thema bitcoin auch behandeln sollten das ist einmal der fall julian assange und der fall ross ulbricht da gucken wir zumindest ein stück weit drauf und ja schauen mal warum da vielleicht dinge passieren die nicht passieren sollten und was das vielleicht mit dieser fiat welt und der fiat attitüde zu tun hat und wie bitcoin auch bei solchen dingen helfen kann natürlich naja in dieser einordnung in praktischer form aber auch in der theoretischen ökonomischen sichtweise bevor wir uns diese spannenden themen heute anschauen schauen uns als allererstes die blog zeit an mir ist nämlich auch spannend wir nähern uns dem bitcoin having 836 1541 ist unsere blog zeit heute und wir haben einen bitcoin kurs von 68 833 us dollar pro bitcoin bei 1453 sets pro us dollar ja und damit starten wir mit dem heutigen thema die bitcoins bot etfs haben etwas losgelöst in gewisser form haben sie den bitcoin hype zyklus verschoben bisher war es nämlich so dass das alte bitcoin all time high immer erst nach dem nächsten having gebrochen wurde und das ist jetzt fast ein halbes jahr früher passiert also wir haben jetzt gesehen dass eben der alte bitcoin all time high kurs von 69.000 dollar jetzt schon natürlich im februar gebrochen war aber und das ist jetzt das besondere an dieser ganzen sache wir haben auch eine andere veränderte situation zu den halbzyklen vorher ja wir haben immer inflationen fiat keine frage nur war jetzt zwischen diesen beiden letzten zyklen die ganze corona pandemie und da haben wir natürlich extreme geldmengenausweitung gesehen ich habe euch hier diesen chart schon mehrfach gezeigt da werde ich auch nicht müde das immer wieder zu tun denn das ist einfach erschreckend das hier ja dieser extreme spike ja das ist das was wir vor allem zwischen den letzten halbzyklen gesehen haben also zwischen 2020 und 2024 jetzt ja ihr seht das hier das geht hier ungefähr anfang 2020 los ja und das zeigt nochmal dass die geldmengenausweitung die wir seitdem gesehen haben natürlich auch zu einer enormen inflation führen wir sehen dass ich meine geht in den supermarkt kauft mal irgendetwas ein und fall vom glauben ab was sie an kosten habt schaut mal wie sehr sich das auf eure lebensqualität auswirkt ihr könnt euch nicht mehr so tolle lebensmittel kaufen die produkte werden teurer es ist einfach schwieriger seinen allgemeinen lebensalltag damit zu bestreiten es ist schwieriger immobilien zu kaufen das ist schwieriger überhaupt zu sparen und natürlich finden die herren der schöpfung immer super gute begründungen und sagen naja dann ist es halt die krise und da klima und hier krieg ja alles in allem sehen wir vor allem eins da können wir 2000 jahre menschheitsgeschichte anschauen wenn die geldmenge steigt steigen die preise am ende dann hat es natürlich super viele andere effekte auch und dementsprechend ja kann das auch einfach sein dass wir diesen all time high zyklus jetzt auf diese 70.000 knapp über 70.000 dollar einfach schon zwar gesehen haben aber auch einfach eigentlich noch gar kein kaufkraft all time high haben eigentlich hat sich der zyklus vielleicht gar nicht verschoben und dementsprechend müssten wir eigentlich mal die geldmengenausweitung der letzten vier jahre berücksichtigen und damit auch die preiserhöhung die wir im allgemeinen haben und da rede ich nicht von unseren alltäglichen gütern die ich gerade angesprochen habe sondern overall ja wie viel teurer ist seitdem gold geworden und aktien und die ganzen sachen die eben teil eben nicht teil dieser inflationsbemessung sind und dann kommen vielleicht schnell an punkt und stellen fest ja vielleicht sehen wir das neue all time high auch tatsächlich wieder erst nach dem halving und zwar in kaufkraft nicht nominal in dollar weil das eh keine gute bemessungseinheit ist weil sie wertetechnisch so dermaßen schwankt dass nur weil da eine 70.000 steht das ist schall und rauch nichtsdestotrotz ist eins ganz klar die kurse sprünge die wir alleine dieses jahr gesehen haben von fast 100 prozent sind enorm in dieser kurzen zeit und das ist mit sicherheit beflügelt worden durch die sport etfs in den usa also durch produkte die an der börse handelbar sind die wenn du sie kaufst zu 100 prozenten bitcoin gedeckt sind das ist auch überprüfbar viele haben ja angst dass dadurch die bitcoin menge aufgebläht werden könnte die tatsächliche wahrheit ist aber dass mittlerweile die adressen von blackrock und den ganzen anderen vermögensverwaltern bekannt sind und man die tatsächliche etf menge und bitcoin menge abgleichen kann das kann man bei gold und bei allen anderen produkten eben nicht weil da braucht es immer vertraut parteien da gibt es keine finale bestätigung dass diese mengen an physikalischen rohstoffen wirklich in den tresoren liegen ja und dementsprechend ist es natürlich super spannend zu sehen wann können wir derartige produkte hier in europa oder in anderen ländern kaufen gerade an den größten börsen der welt will man natürlich unter anderem also die jetzt außerhalb der der amerikanischen welt stattfinden ja also außerhalb der usa stattfinden da will man natürlich auch sowas kaufen ja und hier in deutschland gibt es sowas in der art schon allerdings ist es eben nicht in der form direkt vergleichbar mit den etfs in den usa denn hier zum beispiel in deutschland darf an einer börse ein etf nicht nur einen rohstoff wie bitcoin enthalten das ist dann ein sogenannter etn ein exchange traded node und so ein etn der hat rechtlich gesehen eine andere absicherung und der funktioniert auch anders als ein etf denn so ein etn der funktioniert so dass du nicht wirklich den anspruch auf das hinterlegte produkt hast sondern der preis des hinterlegten produktes ist besichert also könnte man sagen naja nehmen wir es mal ganz hypothetisch ich gebe jetzt als vermögensverwalter ein etn aus ein bitcoin etn und hinterlege einfach cash in höhe von derzeit 68.800 us-dollar dann könntest du ja jederzeit mit dem etn auch diese 68.000 daraus bekommen und dir dann einen bitcoin besorgen so und diese etns die wir hier in europa handelbar haben die sind dann natürlich auch zum großteil schon bitcoin hinterlegt weil ja irgendwie auch dieser kurs mit abgebildet werden muss und das auch eine sicherheit braucht die sind aber nicht eben zu 100 prozent mit bitcoin hinterlegt oder rechtlich brauchen sie das auch nicht und wenn so ein etn herausgeber so ein vermögensverwalter pleite geht hast du ein problem ja das ist nämlich der große unterschied zwischen spot etfs da bist du rechtlich der besitzer der hinterlegten bitcoin auch wenn du nur an der börse das gehandelte produkt hast ist es rechtlich trotzdem dein produkt was dahinter liegt ist und deswegen muss das auch zu 100 prozent hinterlegt sein das ist der große unterschied und natürlich wollen alle am liebsten spot etfs und das ist auch genau der das große ding bei den amerikanern dass die jetzt solche spot etfs haben aber weil hier in deutschland wie gesagt ein etf nie nur ein produkt beinhalten darf sind auch die us-amerikanischen etfs die spot etfs von blackrock und co hier nicht handelbar und auch in vielen anderen ländern nicht und davon mal abgesehen ist es häufig so dass es eben sondergenehmigung braucht für derartige dinge so jetzt haben wir eine super spannende entwicklung und zwar erst mal in london ja in london kommen jetzt bitcoin und ethereum etns also achtung wieder exchange traded notes die eben rechtlich gesehen theoretisch nur eine preisliche abbildung wieder darstellen auch schon mit einer hinterlegung des eigentlichen assets aber unter umständig mit 100 prozent und die dadurch schon schwächer zu bewerten sind aber immerhin ja es ist ein erster schritt und da gab es jetzt eine 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 news und zwar vom market notice die haben in dieser news heißt es wir haben beschlossen den markt für crypto etns am 28. mai 2024 zu eröffnen damit am ersten handelstag so wie viele emittenten wie möglich auf dem markt vertreten sein können also das soll jetzt bald schon starten in eineinhalb monaten also ist da gar nicht mehr so weit weg und dann soll es diese etns an der londoner börse zu kaufen geben und eine besonderheit haben die etns aber hier und das ist eben das große denn die etns die hier sind ja die in london kommen die sollen zu 100 prozent gedeckt sein was eben der große unterschied ist hier sieht man es normal ja die lse nur bitcoin etns zulassen wird die mit physischen bitcoins gedeckt sind also auch wenn es ein etn ist und du rechtlich gesehen nicht wirklich anspruch auf das hinterlegte gut hast sind die aber dann trotzdem vergleichbar mit den etfs aus den usa und das weil eben nur die zugelassen werden die auch nachweisen können dass die 100 prozent bitcoin hinterlegt sind das sind dann quasi wie etfs das ist nur rechtlich dann unterschiedlich also das einzige größere risiko was man dann hätte wäre dass so ein herausgeber so ein vermögensverwalter wirklich pleite geht ansonsten hat das hier eine wirkliche vergleichbarkeit das ist schon echt groß aber damit nicht genug eine der größten börsen der welt die hongkonger börse hongkong stock exchange oder eher gesagt stock exchange auf hongkong die möchten jetzt tatsächlich auch richtige bitcoin sport etfs zulassen allgemein hat man letztes jahr schon bekannt gegeben oh meine haare gehen wild schaut euch das an allgemein hat man letztes jahr schon bekannt gegeben dass man hier eine eine landschaft für digitale assets schaffen möchte offen dafür sein möchte und in dem zuge selbstverständlich auch für bitcoin so hat damals die dortige sfc das ist die futures also security and futures commission sowas wie die börsenaufsichtsbehörde die sec bei den amerikanern mit dem unterschied dass das hier ganz offensichtlich auch ja ein bisschen in den rohstoffbereich geht ich bin mir da nicht ganz sicher wie da die rechtsform ist aber es ist vergleichbar mit der sec und die haben hier klar gemacht die landschaft der digitalen assets hat sich stark entwickelt und begonnen sich mit dem in den und begonnen sich in die mainstream finanzwelt auszuweiten und die sfc ist vorbereitet anträge für fonds zu akzeptieren die exposure zu digitalen assets haben darunter spot etfs also man möchte hier unbedingt spot etfs ermöglichen und da gibt es einen großen vermögensverwalter der hat jetzt einen antrag gestellt also das was wir quasi ende letzten jahres hier bei blackrock und co gesehen haben in den usa das passiert gerade in hongkong und eine besonderheit in hongkong ist hongkong ist eine sonderwirtschaftszone die ist losgelöst vom restlichen chinesischen festland und da muss man sich klar machen ja auch wenn das in hongkong kommt die werden wenn diese produkte zugelassen werden nicht in china handelbar sein und trotzdem ist diese hongkonger börse eine der größten weltweit wir sprechen hier vor allem von einem vermögensverwalter der rund 200 milliarden us dollar vermögen verwaltet und der damit rechnet dass wenn diese spot etfs die er auf den weg bringt zugelassen werden 500 millionen us dollar bis zum jahresende beinhalten werden also da sprechen wir wirklich von auch großen mengen an geld die dann da rein fließen um hier nämlich mal auch klar zu machen dass das hier kein kleiner markt ist sondern ein riesenpotenzial dort dahinter steht ja und dieser antrag der jetzt eben eingereicht wurde der lässt schon viele also ich sag mal experten und analysten sich sicher stimmen das wird auch zugelassen einfach weil die aussagen der sfc schon derart offen sind und weil sie auch gesagt haben wir wollen das und die spot etfs die werden auch vorrang haben da kann man also wirklich von ausgehen dass da bald in hongkong diese dinge an den börsen zu sehen sein werden neben london eben und das ist das spannende ja und dann sehen wir eben auch dass man hier mal von bloomberg intelligence rebecca sin hat hier nochmal eine aussage auch auf x getroffen die sagte ein bitcoin spot etf in hongkong könnte das verwaltete vermögen signifikant erhöhen wenn er den erfolg der bitcoin spot etfs der usa repliziert hongkong zielt auf die in kind methode für die etf ab anders als in den usa wo transaktionen cash only abgewickelt werden vielleicht noch dazu also vom verfahren in den usa war die in kind methode die erste priorisierte methode wir haben das damals behandelt hier nochmal kurz zusammengefasst was bedeutet in kind eigentlich also wir haben ja jetzt herausgefunden gut ein vermögensverwalter der bringt seinen spot etf an die börse rechtlich gesehen gehört am ende dem der den spot etf kauft auch der hinterlegte bitcoin wie kommt jetzt blackrock an die bitcoin das ist die große frage und hier kommen diese methoden nämlich zu tragen und bei einer in kind methode geht irgendwer mit seinem bitcoin zu blackrock und sagt hey blackrock ich habe hier voll viele bitcoin nimm die und gib mir dafür etfs und dann kannst du mit diesen etfs an die börse gehen kannst du dort verkaufen oder selber halten oder wie auch immer bei der in cash methode läuft das ganz anders du gehst mit deinem bitcoin hin sagst hm die muss ich jetzt erst verkaufen verkaufst sie den gegenwert an dollar nimmst du gibst den blackrock und die wiederum geben kaufen im hintergrund dann den bitcoin ein und geben dir den etf und wenn du jetzt sag ich mal vorher kein bitcoin besessen hast kannst du denen auch einfach so geld dafür geben dann kaufen die halt ein bitcoin und so weiter das heißt du hast diesen zwischenschritt und der ist dann problematisch wenn du schon auf vielen bitcoin sitzt und einfach deine rechtliche art und weise wie du diese bitcoin verwarst verändern willst und zwar hin an ein börsennotiertes produkt und das heißt bei der in cash methode und mit sicherheit hat die amerikanische sec das auch genau aus diesem grunde gemacht denn die meisten vermögensverwalter hatten die in kind methode angefragt und die sec hat gesagt nein unter dieser methode dass ihr bitcoin bekommt die einfach behaltet und etfs ausgibt werden diese spot etfs nicht zugelassen ihr müsst in cash machen und in cash bedeutet nämlich dass die die schon auf vielen bitcoin sitzen erstmal verkaufen müssen und der verkauf hat steuerliche konsequenzen da verdient natürlich dann der us amerikanische staat massiv mit gerade wenn leute seit vielen vielen jahren auf bitcoin sitzen im unternehmerischen rahmen die erstmal verkaufen müssen die ganzen gewinne versteuern müssen um dann von diesem erlös wiederum spot etfs zu kaufen so und das ist eben der ganz große unterschied weil bei in kind kann das bedeuten dass das volumen was da am ende durch diese etfs entsteht viel viel größer ist weil eben die unternehmen nicht gezwungen sind ihre bitcoin zu verkaufen sondern einfach eintauschen können weil das rechtlich gesehen ja einfach nur eine andere form des gleichen produktes ist und da spart man sich diesen ganzen steueraufwand und das heißt das potenzial dieser spot etfs ist sogar in der ersten phase wahrscheinlich noch größer als das der amerikaner und das ist das was hier die bloomberg intelligence analystin nochmal klar machen möchte sie sagt in den usa ist 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 es cash rein bitcoin etf raus während in hong kong auf bitcoin rein etf raus sitzt das könnte eine große chance für den markt sein glaube ich auch bin ich auch von überzeugt dass das kann wild werden eric baltunas hat sich ebenfalls dazu geäußert und sagte es sieht so aus als ob die hong als ob hong kong im zweiten quartal die in kind methode für spot etfs zulassen wird im gegensatz für den usa wo die in cash methode möglich ist was dazu beitragen könnte dass das handelsvolumen und zuflüsse in der schnell wachsenden region zu steigen so die heutige notiz von rebekkas sind also da hat er das auch nochmal bestätigt und nochmal klar gemacht die kapitalflüsse könnten hier wirklich wirklich groß werden ich denke was klar sein sollte durch den startschuss in den usa durch die spot etfs entsteht bei allen anderen börsen vermögensverwaltern weltweit also in handelsregionen die außerhalb der usa sind einfach genau diese nachfrage die sehen gerade was in den usa passiert die sehen die nachfrage bei blackrock und co die sehen wie viel geld dort verdient wird und die wollen das auch und die börsen sind offen dafür und die regulierungsbehörden sind offen dafür es ist wirklich dieser dieser startschuss in den usa der war wirklich richtig wichtig um ein globales zeichen zu setzen das bitcoin raus aus diesem das ominöse kriminelle internetgeld hin zu einem sehr regulierten in dem mainstream angekommenen produkt geworden ist und das kann einfach sehr sehr viel zuflüsse an kapital bedeuten weil einfach jetzt auch eine angst von regulatorischen repressalien ganz weit in den hintergrund gerückt ist und weil man jetzt global die möglichkeit hat hier auf ein einheitliches gutes geld zu setzen ohne angst haben zu müssen dass da ja eine globale koordinierte strategie gegen bitcoin stattfindet ganz im gegenteil man sieht eigentlich zunehmend dass erkannt wird bitcoin lässt sich eh nicht stoppen fiat geld ist kaputt und wir können das nicht reparieren ja bitcoin ist in dieser form eben einfach nur gut und man kann es nicht kaputt machen und das ist das was dem bewusst wird und von daher ja am ende auch eine logische konsequenz dass hier die börsen sich derart dafür öffnen und immer wieder höre ich naja das naturell von bitcoin sei durch diesen prozess absolut kaputt gemacht das ist nicht der fall das naturell von bitcoin war schon immer dass es das produkt ist mit dem höchsten ökonomischen anreiz überhaupt und natürlich wird jeder und vor allem vermögensverwalter interesse an bitcoin haben das steht außer frage und genau das bewahrheitet sich gerade das ist das schöne wir sehen einfach bitcoin nimmt seinen lauf und vielleicht sogar schneller als viele es erwartet hätten von daher dieser bullrun der steht auf jeden fall mit ganz interessanten punkten im in den startlöchern und sollte sich das bewahrheiten dass wir eigentlich auch erst nach dem tatsächlich ein halving event die großen kurzsprünge sehen weil das vorher hier alles noch eher inflationszahlen sind und der eigentliche ja start schluss noch gar nicht da war dann kann das hier natürlich auch ganz interessante sachen geben und dann kann ich mir bald die haare schneiden ihr seht das heute habe ich mein proof of hair ein wenig vorgezogen kommen wir zu einem traurigen aber auch vielleicht thema mit hoffnungsblick ich möchte mit euch über julian assange sprechen und ich möchte es gar nicht zu weit ausdehnen und ich möchte vor allem mich selber nicht zu hart positionieren und das ist schwierig weil ich habe gerade bei diesem thema eine ganz feste meinung das problem bei diesem thema wie bei vielen anderen themen auf der welt ist dass es für viele dinge zu wenig beweise gibt man hat so ein gefühl man hat ein ganz intrinsisches rechtsverständnis ja also ein verständnis von das ist richtig das ist falsch und dieses verständnis ist leider durch unser heutiges rechtssystem in der form nicht repräsentiert und da gibt es gute gründe für die gründe sind vor allem dass das rechtssystem mittlerweile sehr ausgehend ist aus einem fiat system heraus bei dem steuer hinterziehung und dinge die das fiat system als solches angreifen viel härter bestraft werden als zwischenmenschliche dinge die eigentlich nach unserem menschlichen rechtsempfinden viel schlimmer gewertet werden sollten da sprechen wir von vergewaltigung und anderen schlimmen dingen die menschen sich gegenseitig antun wofür es teils sehr milde strafen gibt oder verhältnismäßig milde strafen gibt und sehr harte strafen bei steuer hinterziehung bei verbotenen handel zum beispiel mit illegalen substanzen oder eben auch wenn man informationen teilt die unter dem staatlichen aspekt gesehen als geheim gelten das kann dazu führen dass du dann wirklich bis zum tode verurteilt wirst oder so lange verurteilt wirst dass du auf jeden fall nie wieder die freiheit schmecken darfst und das ist nach meinem empfinden einfach eine unfaire behandlung wenn man diese verhältnisse zueinander sieht ja wenn schlimme dinge sich untereinander angetan werden innerhalb der gesellschaft und das einfach verhältnismäßig zu eben diesen anderen dingen extrem milde strafen gibt so hat es auch eine person getroffen und zwar den cypherpunk julian assange der hat damals diverse dinge veröffentlicht über menschenrechtsverletzende aktionen der amerikaner des amerikanischen us amerikanischen militärs hat hier eben dinge veröffentlicht wie das militär zivilisten teils getötet hat und andere schlimme dinge getan hat das alles auf seiner website wikileaks er hat diese gegründet er ist übrigens auch einer der frühsten bitcoin pioniere wikileaks war glaube ich sogar die allererste website die überhaupt spenden in form von bitcoin angenommen hat und wo er bitcoin als freiheitsgeld damit auch einen use case gegeben hat und nach vorne gebracht hat ja und der ist damals dann inhaftiert worden und sitzt mittlerweile seit 14 jahren in politischer tja oder zumindest nicht in freiheit er flüchtet immer vor dem rechtssystem in den usa denn man lasstet ihn ganz schlimme dinge an da stand auch mal vergewaltigungsvorwürfe im raum die haben sich wenn ich das jetzt alles richtig recherchiert habe in luft aufgelöst also diese ganzen dinge sind wohl fallen gelassen worden beziehungsweise sogar zurückgezogen worden das hat also den beigeschmack dass da auch vielleicht sogar so was wie eine vergewaltigung ihm angelastet wurde nur um im endeffekt ihm irgendwie eine eine ja ihn unter druck zu setzen und hinter gittern zu bringen und das alles obwohl das eben nicht beweisbar war und heute sitzt der 53 jährige informationsaktivist eben seit 14 jahren aufgrund der politischen verfolgung entzogen der freiheit hinter gittern ist in verschiedene länder geflüchtet und soll jetzt immer wieder in die usa ausgeliefert werden und seine anwälte versuchen das zu verhindern dieser ganze extrem umgang mit ihm in diesen ja hohes sicherheitstrakten und in den botschaften und wo auch immer er sitzt hat dazu geführt dass er mittlerweile erhebliche gesundheitliche probleme hat so dass er jetzt bei der aktuellen anhörung leider selbst nicht teilnehmen konnte seine anwälte waren aber dabei und journalisten haben natürlich diese prozesse begleitet und darüber umfangreich berichtet ja und es gibt dort einen kleinen hoffnungsblick denn wenn er in die usa ausgeliefert wird gilt entweder todesstrafe oder bis zu 175 jahre haft ja also das ist eine haftstrafe die hat es in sich da wird er wahrscheinlich nie wieder licht sehen und wäre für immer in den usa gefangen und jetzt wird von seinen anwälten gefordert hey passt mal auf ihr dürft den hier nicht ausliefern in die usa hier gilt immer noch in gewisser form europäisches recht auch wenn er jetzt in der form natürlich gerade in dass er da gerade natürlich unter den europäischen menschenrechtskonvention geschützt sein soll und man fordert jetzt dass die uno ihn eben unter der berücksichtigung dieser rechte nicht ausliefert es sei denn die usa bestätigen dass eben keine derart schlimmen strafen in den usa drohen ja und das ist jetzt halt so ein bisschen zwiegespalten weil zum einen hat man jetzt gesagt ja okay wir vertagen das ganze es sieht jetzt so aus als wartet man wirklich darauf dass die usa das bestätigt und das hier klar gemacht wird nein er wird keine derart harten strafen bekommen auf der anderen seite weiß man und das haben jetzt auch viele experten und analysten zu dieser situation gesagt auf das wort der amerikaner ist da nicht wirklich zu hören ja und viel viel schlimmer an dieser ganzen sache mit julian assange ist eigentlich dass die politiker die ihn auch für ihren wahlkampf verwendet haben unter anderem annalena baerbock damals gesagt haben wenn sie an die macht kommen werden sie dafür sorgen dass julian assange eben ja schutz bekommt politischen schutz bekommt und das passiert leider in der form nicht im parlament im europäischen parlament bei dieser anhörung waren ganze 46 abgeordnete das heißt es fehlten über 700 abgeordnete die sich gar nicht zu wort gemeldet haben in deutschland selbst war auch das ganze quasi gar nicht besetzt und man hat hier wenig interesse für julian assange einzustehen das heißt diese ganzen dinge die damals in wahlkämpfen noch für sich genutzt wurden wo man gesagt hat hey wenn wir an die macht kommen dann unterstützen wir und helfen wie ihm von annalena baerbock und habeck und anderen das wird gerade nicht wahrgenommen und ganz offensichtlich will man sich hier mit den usa kein spiel verscherzen was natürlich traurig ist und was auch so ein bisschen zeigt wie die doppelmoral im bezug auf politische wünsche und politisches engagement für die dinge die man versprochen hat am ende aussieht und das sollte jedem zu denken geben und sollte noch mal klar machen wie gefährlich es sein kann derartige dinge im fiat system was alles teil dieses großen ganzen natürlich auch ist und gerade auch die ganze kriegswirtschaft nach sich ziehen kann ja es gibt auch ein bisschen lichtblick an der stelle zumindest hat olaf scholz letztens auf einer frage von einem jugendlichen bei einer das war mehr als bei einer podiumsdiskussion in einer schule zumindest gesagt dass er der meinung ist dass assange in den usa also dass das was da ihm droht nicht gut sei und dass es schon gut ist dass er geschützt wird durch die britische regierung freue ich mich natürlich dass er das so sieht ich würde mich noch mehr freuen wenn unsere regierung sich da aktiv einmischen würde und die menschenrechte dahingehend schützen würde weil eigentlich hat ja hier julian assange nur einen missstand aufgedeckt mehrere missstände aufgedeckt die sollten eigentlich dafür da sein dass auch eine regierung die chance erkennt vielleicht ihr eigenes verhalten anzupassen und zu verbessern und nicht diejenigen zu verurteilen die eben solche dinge feststellen ja so ist das und dann haben wir noch einen weiteren fall geht in ein ähnliches spektrum auch wirklich ein trauriger vorfall wir sprechen hier von ross ulbricht ross ulbricht hat damals die silk road betrieben und auch dieser fall ist höchst kritisch und höchst umstritten deswegen versuche ich mich so vorsichtig wie möglich zu äußern denn ross ulbricht als person wird jetzt 40 jahre oder ist heute 40 geworden und er sagt hier um das ja doch heute 40 er sagt ich bete dass ich eine zweite chance auf freiheit bekomme bevor das nächste jahrzehnt zu ende geht also er ist mit unter 30 inhaftiert worden sitzt seitdem jetzt in hochsicherheitsgefängnissen in den usa und wird wahrscheinlich ebenfalls nie wieder an die freiheit kommen ich weiß nicht mehr wie hoch sein urteil damals war sein urteil war aber extrem hoch auch über 100 jahre oder irgendwie so also ganz ganz wild jetzt muss man sich fragen was hat ross ulbricht denn schlimmes getan denn ja er hat einen drogenhandelsplatz im internet betrieben die silk road und noch nie wurde jemand derart schlimm für illegale drogengeschäfte verknackt also das was ihm passiert ist hat in dieser form in der gesamten menschheitsgeschichte oder der gesamten geschichte der amerikaner noch nie gegeben und da muss man sich fragen warum eine verhältnismäßig so harte strafe für ihn gilt und das problem bei ross ulbricht ist dass auch hier dinge im raum stehen für die er nicht verurteilt wurde die aber natürlich viele menschen kritisieren zum beispiel soll ross ulbricht zwei auftragsmorde in auftrag gegeben haben und er wurde dafür nicht verurteilt und der grund ist auch ganz interessant und jetzt kommen wir nämlich auch zu diesem dass die dinge erst mal anders aussehen können als sie am ende sind es ist ganz offensichtlich so also da kann man sich ein bisschen die geschichte von ross ulbricht einarbeiten und auch in diese sachen die dann später vor gericht passiert sind beziehungsweise von seinen anwälten auch vorbereitet wurden er ist damals kontaktiert worden und da hat ihm jemand gesagt pass mal auf hier sind leute die wollen dich umbringen und ich kann das für dich regeln gib mir einfach geld ich bin auftragsmörder löse ich das problem für dich und er hat in seiner angst in seiner verzweiflung genau das in auftrag gegeben hat aber nicht gewusst dass die person die ihm gesagt hat da will ich jemand umbringen selber von den amerikanischen geheimdiensten ich weiß gar nicht ob vom fbi oder cia keine ahnung auf jeden fall vor allem dieser geheimdienste kam und das durfte auch rechtlich vor gericht nicht gegen ihn verwendet werden dass er eben diese auftragsmorde in auftrag gegeben hat denn diese methode war natürlich hoch fragwürdig ja da kommt jemand zu dir sagt hey da will jemand dir was ganz schlimmes antun du kannst dich jetzt illegal verhalten um das problem zu lösen du sagst ja und dann verknackt man sich darauf hin das hat er natürlich trotzdem aber in der ganzen medienlandschaft für ihn zu problemen geführt weil man ihn als ja auftragskiller wie auch immer hingestellt hat und natürlich damit auch im in der wahrnehmung der der massenmedien sehr negativ darstellen konnte so dass auch so eine harte strafe erst mal nicht als so ungerecht ausgesehen hat alles in allem hat er natürlich eine handelsplattform betrieben bei der menschen drogen im internet kaufen konnten und das ganze bezahlbar mit bitcoin war und um genau zu sein ist das ein stück weit bitcoin geschichte denn dieser drogen handelsplatz ist der erste wirkliche handelsplatz in der form für physikalische güter gegen bitcoin gewesen und das ist auch eine der hauptgeschichten warum bis heute viele sagen bitcoin das wird ja nur für illegale handlungen benutzt ja da werden nur illegale sachen mitgekauft tatsächlich ist es aber so dass ross ulbricht das alles aus einem sehr freiheitlichen gedanken gesehen hat und gesagt hat naja wer drogen kaufen will das ist ja seine sache und viele andere dinge waren auf der plattform auch verboten also alles was zum beispiel kinderschänder sachen und so weiter war wurde dort definitiv auch nicht zum handel freigegeben also es ging ja eigentlich nur um substanzen eben betäubungsmittel und dagegen hat er auch verstoßen allerdings wie gesagt gab es da ganz viele dinge die sich um ihn gerankt haben und ich denke auch in gewisser form unter unserem rechtssystem muss ihm klar sein das ist eine handlung die am ende zu konsequenzen führt wofür man ins gefängnis kommt das ist auch in ordnung die frage ist aber ist das ausreichend hoch um jemanden der unter 30 ist der irgendwie mit 24 anfängt seine plattform zu betreiben ich weiß gar nicht wie alt er damals wirklich war wahrscheinlich wie 26 27 oder so aber ist das ausreichend schlimm wo wenn ich ein platz also man muss sich ja klar machen er hat eine plattform betrieben wo menschen auf basis von freiwilligkeit dinge miteinander handeln können die halt unter dem jetzigen system und das betäubungsmittelgesetz fallen jemand der das getan hat in jungen jahren und ich sag mal jemand der unter 30 ist zählt man noch so ein bisschen zu den jungen jahren für den rest seines lebens einzusperren und das finde ich verhältnismäßig hoch und ich finde dass diese strafe gerade in bezug auf bitcoin unter der berücksichtigung dass es wahrscheinlich wegen bitcoin eine derart hohe strafe war unter der heutigen betrachtungsweise was bitcoin ist vielleicht neu tja bewertet werden sollte ja dass ihm irgendeine strafe passiert und dass er ein paar jahre gefängnis und das ich glaube nicht dass da irgendwer ein problem mit hätte geschweige denn er selbst aber diese verhältnismäßig unverhältnismäßig hohe strafe ist hier fragwürdig und das gleiche gilt bei julian assange und da muss man sich klar machen das sind natürlich exemplen die statuiert werden und präzedenzfälle oder vor allem exemplen die statuiert werden damit andere menschen so viel angst haben irgendwas zu machen was gegen das ist was das system am ende vielleicht irgendwie möchte dass man ja dass man gar nicht erst in frage stellt oder oder gar nicht erst auf die idee kommt irgendwas zu tun was gegen das gesetz ist schwierige situation wie gesagt ich versuche wenn es mir möglich ist mich so weit wie möglich nicht zu sehr dabei zu positionieren aber es geht auch nicht so leicht weil ich einfach diese ganze geschichte ross ulbricht julian assange im zuge von bitcoin recherche der bitcoin geschichte natürlich auch mit beleuchtet habe und natürlich auch dort mal hinter die fassade geschaut habe und einfach gesehen habe dass die sachen die da passieren ja nicht ohne sind ja wohl gemerkt er ist seit 2013 sogar im gefängnis sehe ich gerade es gibt ja auch diverse petitionen wie die free ross ulbricht genau er hat über 40 jahre haft bekommen das heißt er würde frühestens als sehr alter mann aus dem gefängnis wieder rauskommen 26 war ja alt 26 ja und da ging es ihm eigentlich darum einen freien marktplatz zu schaffen aus einem sehr tja freiheitlichen gedanken heraus dass dort natürlich illegale dinge gehandelt wurden steht außer frage aber ich glaube auch er hätte mit 26 nicht erwartet dass er für das betreiben eines handelsplatzes der frei ist für den rest seines lebens hinter gittern kommt also 26 inhaftiert 40 jahre also 66 wäre er wenn er rauskommt dann ist sein leben so ziemlich vorbei also das sind schon heftige entscheidungen die getroffen wurden und ich wünsche ihm ich wünsche ihm dass dieser fall neu bewertet wird dass da nochmal drauf geschaut wird und geschaut wird ob die strafe nach wie vor unter heutiger betrachtungsweise von dem was er getan hat gerechtfertigt ist das dazu liebe leute es ist ein trauriges thema es ist trotzdem wichtig da zwischendurch mal drüber zu reden und ein bewusstsein dafür zu schaffen dass wenn man innerhalb des systems die falschen instanzen verärgert das sehr gefährlich sein kann und dass es fast keine repressalien gibt für derart große fiat systeme wie wir sie heute haben und wir haben letztens auch schon über den fall roman sterling aufgeredet der wahrscheinlich irgendwann mal so was in der art wie ein also eigentlich ja nicht ja wo die vermutung nahegelegt ist von chain analysis dass er unter umständen mixing service für coins betrieben hat wobei die beweise eben ausbleiben der auch mit derart hohen strafen hier zu rechnen hat und ich möchte das bewusstsein dafür schaffen dass bitcoin als freiheitliches geld ein derartiges verhalten ein derartig großes rechtssystem was derart mächtig ist nicht erlauben würde das heißt aber nicht dass das von heute auf morgen verschwindet und das heißt auch nicht dass wir in zehn jahren ein system haben was besser funktioniert das heißt dass die menschheit die chance auf eine zukunft hat wo wir vielleicht derartige systeme nicht mehr haben wo derartige ungerechtigkeiten möglich sind in dieser größenordnung ja es ist ein sehr langer weg dahin und bis dahin gilt es für die die sich heute eingesetzt haben in dieser frühen zeit und derart unter druck geraten zu unterstützen bewusstsein dafür zu schaffen darüber zu sprechen und auch keine angst zu haben darüber zu sprechen und mir ist vollkommen bewusst man muss sich vorsichtig positionieren auf der anderen seite wenn wir uns whistleblower wie edward snowden anschauen da haben wir es auch geschafft eine einordnung und einen rechtsrahmen zu schaffen wo diese menschen heute wieder in freiheit leben können und wo auch klar ist dass das was sie getan haben notwendige handlungen waren um das was schief läuft im system ein bewusstsein dafür zu schaffen und ja ich denke einfach dass julian assange als solcher einfach für das system noch viel viel gefährlicher war als es ein edward snowden war der nur teile einer geheimbehörde veröffentlicht hat während halt julian assange eigentlich das gesamtsystem kritisiert hat und wo eben die große große gefahr am ende im raum stand ja bitte nicht mehr spenden könnte zeit sein ja ich schau mal gerade ja es ist zeit bitte nicht mehr spenden liebe leute also wenn ihr jetzt noch spendet dann unterstützt ihr trotzdem unsere arbeit ich werde diese spenden fragen was auch immer dann nur nicht mehr vorlesen freue mich natürlich trotzdem tierisch darüber aber das heißt jetzt auch wir haben es soweit die letzte die ich heute vorlese ist die kanalmitgliedschaft von seba ex sebas ex vielen dank schon mal an der stelle und wir kommen auf eure tollen fragen und anmerkungen anregungen wie auch immer man sagen möchte wenn also der marcus privat schreibt wenn gemanagte fonds feste prozent investieren und sich btc doch müssen doch müssen die doch mehr fiat entziehen als reingetan problemen massen wenn gemanagte fonds sorry machen kurz die fenster auf gemanagte fonds feste prozent investieren und sich bitcoin vervielfacht müssten doch müssen die doch mehr fiat entziehen als reingetan ja und nein du kannst ja also wenn du feste prozent in bitcoin steckst ist das ja auch erstmal nur eine investitionssumme also du schiebst das geld rein aber ich weiß nicht wie du das meinst mit fiat entziehen entziehen also im endeffekt im endeffekt ist eins ganz klar jedes mal wenn bitcoin gehalten wird und fiat geld dafür im umlauf ist wird bitcoin verknappt und fiat im umlauf ausgeweitet fiat fällt im wert bitcoin wertet auf so einfach ist der prozess ne gemanagte fonds in großer form so wie wir es in den meldungen der letzten wochen gesehen haben dass da immer mehr pensionsfonds und so weiter interesse haben bitcoin zu nutzen um das zu hinterlegen bedeutet eigentlich nur dass dass sie in einem guten geld sparen und weniger in teilen die irgendwas mit der fiat welt zu tun haben denn die investitionssummen für große unternehmen heutzutage kommen ja zum großen teil aus neu erschaffenem geld ich meine es muss jedem klar sein dass euro immer wenn euro erschaffen wird das eigentlich ein kredit ist der irgendwie mal zurückgezahlt werden müsste was bitcoin also theoretisch schaffen kann ist durch das aufsaugen von wert nicht von preis von wert dazu führt dass wir vielleicht wirklich mal jemand in der lage sind unsere fiat schulden zu begleichen und damit auch die menge an fiat geld zu verringern und auch die nutzung an fiat geld zu verringern das kann eine art soft landing sein eine art transition über 100 jahre oder so wo fiat geld zunehmend aus dem umlauf verschwindet und bitcoin in seiner wertigkeit aufwertet ich bin mir nicht ich weiß nicht ob ich deine frage korrekt verstehe ich hoffe es ich hoffe dass das ungefähr verständlich macht oder oder ungefähr die antwort auf deine frage ist lieber max vielen vielen dank hey roman wieso werden crypto währungen eigentlich so wenig kriminell genutzt durch coin mixer oder ähnliches müsste das ja eigentlich gut gehen oder nicht ja und auf der anderen seite ist es ja trotzdem so bevor du mixt also erstmal das mixen sorgt ja schon für eine gewisse auffälligkeit also irgendwer könnte schon fragen warum hast du deine coins überhaupt gemixt und was machst du jetzt damit sowas könnte passieren und zum anderen ist es natürlich auch so dass erstmal den leuten diese ganze funktionsweise bewusst gemacht werden müsste es gibt ja durchaus kriptowährungen die im darknet mehr genutzt werden beispielsweise monero weil sie nativ anonym ist auf der anderen seite muss man auch sagen auch hier gibt es natürlich probleme weil die fiat gateways immer wieder zu problemen werden aber euro oder dollar kannst du dort halt fast gar nicht benutzen weil es einfach sehr schwierig ist geldwerte zu transferieren ohne dass eine vertrauenspartei dazwischen steckt die dann unter umständen feststellt was du wirklich damit machst gibt es aber trotzdem auch anonyme banküberweisung dann an irgendwen sobald die banküberweisung mit kryptischen verwendungszweck angekommen ist wird dann paketlos geschickt sowas ist durchaus genauso üblich also es ist vor allem bei bitcoin aber wie du schon sagst so weil bitcoin natürlich gesehen einfach derart offen ist dass auch die leute gar nicht das interesse haben einfach weil es für anonyme transaktionen im derzeitigen zustand bessere alternativen gibt da braucht man nicht unbedingt bitcoin benutzen akademie 707 vielen dank für die ultra kanal mit geschafft danke für diesen riesen support akademie roman 1975 danke für die 10 schweizer franken hi roman erstmal mein namensvetter freue ich mich erstmal vielen dank an dich und dein team für eure tolle arbeit wenn die wenn du die superpower dafür hättest welche eigenschaft würdest du bitcoin zusätzlich geben außer einer längeren historie ähm keine tatsächlich also ich finde dass bitcoin gut ist wie es ist ich finde wirklich bitcoin ist gut wie es ist ich glaube nicht dass wir irgendetwas an bitcoin noch verbessern müssen um es massentauglich zu machen wir müssen produkte bauen die drumherum geschehen second layer technologien und so weiter aber außer der langen historie aber selbst die regelt sich ja über die zeit ne also ne hätte ich eine superpower hätte ich eine superpower äh dann wäre das wahrscheinlich ich kann es dir nicht sagen ne ich bin ich bin zufrieden wie es ist alles gut ich brauche keine superkräfte ähm äh es ist wirklich so dass ich dass ich ähm zum beispiel viele sagen ja bitcoin ist nicht anonym genug das sehe ich eben nicht so ne dieses haupt dieser hauptlayer der ist gut dass er so transparent ist um sicherzustellen dass jeder die menge verifizieren kann jeder nachvollziehen kann was passiert ähm in second layer brauchen wir anonyme zahlungswege ja das ist ganz wichtig dass wir in zweiter ebene bitcoin verschicken können die dann wirklich transaktionsmäßig anonym sind aber das ist nicht die ebene wo die geldmenge definiert ist die darf nicht anonym sein das sehe ich als einen der größten fehler oft bei monero das kann langfristig nicht als geld funktionieren kurzfristig ja keine frage weil heute ist einfach eine anonyme technologie ist mit der wenn wir schnell zahlungen durchführen können aber langfristig wird das nicht als wertspeicher funktionieren und ein geld was nicht als wertspeicher funktioniert scheitert als geld zwangsläufig war in der lauf im laufe der menschheitsgeschichte noch nie anders das ist auch genau der grund warum fiat währungen irgendwann zu 100% die ablaufdatum haben weil sie keine guten wertspeicher sind sie sind am anfang einigermaßen wertspeicher und dann passiert das hier ja hier sind sie noch einigermaßen wertspeicher wie ihr seht und dann verlieren sie zunehmend mit fortlaufender geschwindigkeit ähm ihre wertspeicher funktion und damit scheitern sie als geld schon immer so gewesen wird immer so bleiben und wenn du die geldmenge nicht verifizieren kannst kann sich ein gut langfristig nicht als geld durchsetzen also einer der größten fehler die man machen kann ist innerhalb der blockchain schon derartige anonymität zu verursachen dass man die wertspeicher nachweisbarkeit verliert dementsprechend würde ich das nicht durch eine superfähigkeit bitcoin hinzufügen wollen in second layer brauchen wir das keine frage aber wenn im second layer bitcoin inflationieren dann ist der second layer betroffen aber das hauptnetz zweck nicht dann sind eure bitcoin die ihr wirklich besitzt immer noch im verhältnis die gleiche anzahl genau sonic mac pain dankeschön für die mojipack mitgliedschaft vielen vielen dank und stekiamin dankeschön für deine riesen spende 50 schweizer franken vielen vielen dank stekiamin cooler name übrigens hey roman die kataschow skala hast du ja mal mehrfach besprochen wenn es darum geht die energie unseres planeten maximal effizient zu nutzen macht dann vegane ernährung nicht mehr sinn als den umweg über die tiere zu nehmen grüßeli das ist die große frage ich würde halt pass auf das thema veganismus fleisch konsum und so weiter ist zu komplex als dass man es runterbrechen kann auf es ist gut keine tiere mehr zu essen die problematik zum beispiel wenn wir uns mal loslösen vom individuum und von der menge die wir als pflanzen zu uns nehmen um dieselbe energie zu haben wie es man tier zu sich nehmen müsste was sie dann wiederum essen weil da ist so vollkommen recht ja theoretisch von der pflanzenmenge müssen wir viel weniger zu uns nehmen ist es dennoch so dass tiere in dieser form zu unserem ökosystem gehören und auch gehören müssen und wir sehen zunehmend dass nicht alle aber einige auch sehr radikale veganer mehr oder weniger eigentlich fordern dass tiere geschlachtet werden einmal geschlachtet werden damit kein tierleid mehr gibt und ich glaube was wir als menschen in den letzten jahren so ein bisschen verloren haben ist das bewusstsein dafür das leben der lebensprozess immer mit leben und tod einhergeht immer und dass wir klar sagen können wir können alles umbringen dann gibt es kein leid mehr können auch alle menschen töten dann gibt es kein leid mehr unter menschen dass das aber nicht unbedingt der richtige weg ist und ich denke dass tiere als effizienz teilnehmer unserer ökologischen prozesse notwendig sind das gehört alles mit dazu und ich glaube dass menschliches eingreifen in diesen prozess eher schädlich ist wo ich schon bei bin ist dass die art und weise wie wir heute tiere züchten und das gilt aber nicht nur für unsere tierzucht das gilt genauso auch für unsere lebensmittelproduktion höchst ineffizientes und ganz viel ökosystem kaputt macht und damit meine ich auch die art und weise wie wir in großen mengen mais anbauen für die tier ernährung oder soja oder sonst was und aber auch natürlich trotzdem auch für die vegane ernährung allgemein ist unsere landwirtschaft höchst ineffizient weil sie zu großen teilen subventioniert wird durch das staatliche system und das wiederum eben geld dorthin bringt was wir nicht aktiv bezahlen für diese produkte und dass wir wahrscheinlich unter einem harten geldstandard einen ganz anderen ökologischen umgang mit tierzucht aber auch mit landwirtschaft im allgemeinen hätten und ich denke dass da die größte ineffizienz entsteht und dass wir als menschen einfach wieder stück weit zurück zu einem viel natürlicheren umgang mit allen ressourcen die wir haben kommen müssen und von daher aus dem vier system heraus eine entscheidung zu treffen dass veganismus im allgemeinen die bessere ernährungsform sei halte ich für ebenso fehlerführend wie zu sagen dass aus dem vier system heraus geldmengen verteilung als als grundproblem eine richtige betrachtungsweise findet ja einfach weil die fiat welt dafür sorgt dass dadurch dass preise und alles verändert ist und subventionen passieren und auf der einen seite menschen unter zwang ihrer kaufkraft entledigt werden durch steuern zum beispiel und das neu verteilt wird einfach keine realistische betrachtung der wirklichkeit mehr möglich ist und das betrifft alles das betrifft die automobilbranche das betrifft unsere lebensmittelbranche das betrifft unsere gesundheitsbranche also egal wohin wir schauen das passiert überall beispiel ihr kennt die ganzen sachen rund um bill gates von verschwörungstheorien über vorwürfe über nachweislich ganz interessante sachen die da passieren ich habe ja in meiner bundestagsrede eine grafik gezeigt dass die zehn reichsten menschen ich mach mal kurz ich gucke mal ob ich das wieder finde ja habe ich gerade auf die schnelle gefunden ich gebe euch hier mal ein beispiel was ich als großes problem sehe so die zehn reichsten menschen verdoppeln im vermögen über 160 millionen menschen zusätzlich in armut so das ist während der krone pandemie passiert so und jetzt schauen wir uns noch mal das hier an ja in dieser phase sind die zehn reichsten menschen doppelt so vermögend geworden wie vorher so wie passieren solche dinge bill gates als beispiel ist heute einer der größten landbesitzer in den usa oder ich glaube sogar der größte landbesitzer das heißt fast alles was an landwirtschaft in den usa passiert ist in seinen händen konnte er sich das mit seinem vermögen kaufen nein konnte er nicht er hat sich billige kredite wenn der corona zeit genommen und hat in diesen zeiten extrem große landmassen eingekauft der hat dadurch unglaublich profitiert natürlich ranken sich dann auch viele mythen darum ob er nicht dann sogar naja einer der großen verursacher dieser ganzen pandemie sei und das sind genau die bereiche die ich nicht anfasse da habe ich keinen beweis für das ist mir auch egal weil das ist auch nicht wichtig für die finale betrachtungsweise des eigentlichen problems das eigentliche problem ist dass ihr natürlich nicht in dieser form kredite nehmen könnt und einfach dinge kaufen könnt wovon alle anderen abhängig sind vor allem zu niedrig zins oder null zins und genau das zeigt je näher du an der zentralen geldschöpfung bist desto mehr beeinflusst dass das ganze jetzt musst du dich halt fragen ist landwirtschaft in der form wenn sie der zentralisiert ist und nicht durch einen freien markt sich reguliert überhaupt noch in der lage eine vergleichbarkeit zwischen veganer oder fleischlicher ernährung herzustellen weiß ich nicht genau so sehe ich das in allen anderen branchen und situationen auch wir sind in der matrix und in der matrix als betrachtung aus der matrix heraus hier zu beobachten wo was passiert ist höchst fehlgeleitet weil diese effekte die sind so groß die haben so viel auswirkung ich selber halte es für absolut notwendig dass jeder mensch für sich selber entscheidet ob er tiere essen möchte oder nicht oder rein sich pflanzlich ernähren möchte und das muss eine persönliche entscheidung sein und unter einem harten geld wird sich das zwangsläufig dann über den geldbeutel entscheiden weil heute wird die tierische ernährung ebenfalls subventioniert das was wir heute an massentierhaltung sehen wäre unter einem harten geld nicht finanzierbar glauben die leute nicht weil sie sagen ja massentierhaltung ist doch das effiziente nein ist es nicht das ist das was ihr glaubt weil das in großem maße passiert aber diese ganzen betriebe sind horrend unterstützt durch staatliche subventionen das bedeutet wenn wir von von energie ausgehen und bitcoin als repräsentative energiewährung und wir feststellen eine vegane ernährung ist zehnmal so kostengünstig wie eine fleischliche ernährung dann ist ergo die logische schlussfolgerung sich von tierischen produkten zu ernähren ist zehnmal so teurer wie von pflanzlichen produkten das wiederum als logische schlussfolgerung heißt dass menschen es automatisch weniger tun würden wie kann das denn dann sein dass wir heute teilweise fleischprodukte beim discounter haben die derart viel günstiger sind als die pflanzlichen produkte das kann nicht sein und dann stellt ihr auch schnell fest wie verschoben eigentlich die ganze preisbildung innerhalb unserer gesellschaft ist durch diese ganzen fiat mechanismen durch diese geldschöpfung diese zentrale das umverteilen des geldwertes steuern einnehmen subventionieren von einzelnen bereichen und so weiter und so fort diese frage nach veganismus und fleisch und so weiter ist daher ganz schwierig zu beantworten ich möchte aber darauf hindeuten dass wir menschen im laufe der menschheitsgeschichte ganz offensichtlich es als effizient genug erachtet haben uns auch von fleisch zu ernähren aber nicht ausschließlich und das war schon immer so und wenn wir mehr zurück zum eigentlichen ökologischen prozess kommen und dahin kommen dass die art und weise wie wir heute viehwirtschaft betreiben wirklich auch dem lebewesen gegenüber unwürdig ist und darf man abgesehen nicht mal effizient ist dann werden sich viele dieser probleme weswegen sich viele auch für den vielleicht veganismus entscheiden aufgrund des tierleides was wir auch sehen nicht nur aufgrund der art und weise der ernährung dass man sagt ich will kein rotes fleisch essen oder so sondern wirklich weil sie sagen ich kann das leid der tiere nicht mehr haben sind das vielleicht auch probleme die sich dann von ganz alleine regulieren weil man wieder viel mehr im einklang mit den tieren lebt ich meine wie war es denn früher du hattest einen hof stellt sich heute heraus durch verringerte viehwirtschaft klassischen sinne auf höfen sind teilweise allem hänge nicht mehr richtig gelockert der boden nicht mehr gelockert weil weniger kür darum rennen und so weiter und so fort ja und wenn die kuh an ihr lebensende kommt und ja teil des ökologischen prozesses war und dann geschlachtet wird dann ist das ein ganz natürlicher prozess aber dann haben hast du auch nicht jeden tag ein kilo fleisch auf dem teller liegen ja und darauf möchte ich hinaus dass die art und weise aus der betrachtungsweise heute wo wir sind sehr sehr schwierig ist und ich deswegen auch die hysterie um das ein oder andere thema nicht wirklich nachvollziehen kann weil es meinen augen keine echte betrachtung dieser situation heute gibt einfach weil die ganze welt der art mit veränderten zahlen umgehen muss ich hoffe ihr versteht das ja es ist auch überhaupt es ich bin bei diesem thema so vorsichtig weil das eins von diesen themen ist dass die gesellschaft so sehr spaltet schaut mal dass das gleiche wie mit klima klima klebern ja ich habe ja in meinem vortrag in innsbruck vor einem jahr darüber gesprochen dass diese menschen das aus einer verzweiflung heraus tun die sehen die umwelt geht kaputt die sehen große konzerne produzieren immer weiter und die sehen ja die menschen fahren mit ihren autos das macht umwelt kaputt und kleben sich dahin woher kommt diese betrachtungsweise die betrachtungsweise kommt aus einer hilflosigkeit heraus ist doch außer frage klar ist das nervig wenn da jemand klebt wo ich lang fahren will und die finden es genauso nervig dass man nichts gegen diese großen konzerne machen kann jetzt muss man sich halt aber fragen wenn diese ganzen konzerne die das verursachen derart hoch verschuldet sind wo ist das eigentliche problem die leute die auto fahren sind nicht das problem das problem ist die geldverteilung wenn du mit einer kaufkraft entscheidest welcher konzern groß wird und welcher nicht dann ist das deine politische wahl und wenn du sagst ich will nicht dass eon noch größer fossile brennstoffe verbrennt dann würdest du aufhören denen das geld dafür zu geben wenn du heute aufhörst denen das geld dafür zu geben nimmt man dir in form von steuern das geld trotzdem ab in form von kaufkraft verlust durch neues geld nimmt man es dir noch mal mehr ab und verteilt es auf die konzerne das heißt du hast keine politische wahl mehr die politische wahl die du dann triffst ist ich wähle eine partei die dafür sorgen soll weil ich ja mit meiner kaufkraft ganz offensichtlich nicht mehr kann und die macht aber auch nur subventionen verändert preise und sonst was und stellt fest ja jeder eingriff ist noch eben effizienter am ende verzweiflungstat wir können ja ganz offensichtlich gar nichts mehr machen dann kämen wir uns an die straße das gleiche wie ich das vorhin schon sagte es betrifft jede branche und diese hilflosigkeit ist das was wir nur durch ein hartes geld wieder lösen indem wir die politische kraft weg von deinem stimmzettel in der urne alle vier jahre wieder hin in deinen geldbeutel verfrachten weil du dann mit deinem geld entscheidest wer darf produzieren und wer nicht du entscheidest wessen produkt kaufe ich wird apple ein erfolgreiches unternehmen oder microsoft oder noch ein dritter du entscheidest du kaufst das produkt was du am besten findest du kaufst den strom den du am besten findest du kaufst das lebensmittel was du am besten findest nicht das was subventioniert wird worauf du keinen direkten effekt hast das ist das problem und das ist das was bitcoin langfristig lösen kann durch deine eigene kaufkraft jedes mal wenn die kaufkraft entzogen wird ist es als nimmt man dir die politische entscheidung wer produzieren darf und wenn ich und was produziert wird soll jeder tun und lassen was er möchte unter einhaltung diverser grundrechte ein grundrecht und das ist für mich essentiell ist eigentum und wisst ihr warum weil du mit eigentum geboren wirst dein eigener körper ist dein eigentum unsere heutige verfassung schützt das eigentum aber nur so lange bis die gesellschaft dein eigentum braucht und ab diesem zeitpunkt wird es dir einfach genommen das ist ein problem eigentumsrecht ist nichts anderes wie dein eigenes anrecht an dir selbst und dann all dem was du dann später erzeugt und erschaffst also wenn wir uns einfach an die regeln halten dass wir einem anderen menschen keinen schaden zufügen dürfen und nichts an sein eigentum dürfen und auf dieser basis eine gesellschaft aufbauen wird sich ganz viel vom leid und vom von der ungerechtigkeit heute lösen aber wir haben nun mal systeme die aufgrund von vermeintlich sozialen aktionen sagen wir enteignen menschen wenn es sein muss um wiederum fairness herzustellen wie soll das bitte gehen ein system das auf zwang basiert kann keine fairness herstellen warum sollten einige wenige so privilegiert und so schlau sein dass deren ideen so gut sind dass alle anderen dazu gezwungen werden müssen was befähigt diese menschen weil sie eine stunde länger studiert haben weil sie aus einem besseren haushalt kommen weil sie eine bessere politische verbindung haben was befähigt diese menschen ich glaube es wird einfach zeit dass wir diese sehr menschenverachtende sichtweise mal ablegen und den individuen den menschen wieder mehr fähigkeit zu sprechen wir menschen sind mündig wenn man uns mündig werden lässt und uns nicht ständig bevormundet wir selber wissen ganz genau was wir mit unserer kaufkraft tun müssen wir müssen nicht bevormundet werden uns muss nicht eine steuer aufgelegt werden um unser kaufverhalten zu lenken zu steuern und am ende die kaufkraft zu entziehen um es dann umzuverteilen weil irgendwelche drei dudes besser wissen wo das geld hingehört das wissen wir menschen selber gut das lernen wir auch in dem moment wo wir die verantwortung wieder selber haben für unser geld für unsere kaufkraft für unser eigentum für uns selber darum geht es und dann glaube ich kommen wir auch an einen sehr humanen umgang mit unserer umwelt und damit meine ich auch unsere tiere und damit meine ich auch unsere landwirtschaft weil auch unsere landwirtschaft selbst wenn sie 100 prozent vegan wäre so wie wir es heute machen ganz viel ökologischen schaden verursacht ob es durch pestizide ist oder sonst was und ihr wisst was ich meine ja genau so sieht es aus liebe leute tolle frage übrigens stag yamin ich musste ein bisschen ausholen jetzt um das zu erklären aber es war mir sehr wichtig stefan dankeschön für deine kanalmitgliedschaft vielen vielen dank hans joachim knatz danke auch für dich an dich für deine spende mal wieder gute roman wenn man bitcoin kauft unterstützt man die kaufkraft der armen menschen also ist es sogar besser als spenden zu diesen regionen setzt natürlich voraus dass diese menschen schon bitcoin haben weil sonst ist es natürlich dann auch keine spende an diese menschen aber du hast schon recht in dem moment wo man den bitcoin bestand verknappt und die kaufkraft in bitcoin steigt erhöht man damit auch die kaufkraft von allen menschen die bereits an bitcoin sparen und wir sehen dass gerade die menschen die in großer not sind eher bereit sind sich für bitcoin zu öffnen als die menschen die in privilegierten situationen sich befinden und die kaufkraft verluste nicht wirklich merken oder sogar durch das fiat system profitieren das nicht zu 100 prozent so aber in der breiten masse zeigt sich das von daher ja das kann man im übertragenen sinne schon so sehen lieber hans joachim knatz das zeigt ja auch warum bitcoin als kollektives geld so wertvoll ist weil es eben jedes individuum was bitcoin benutzt bevorzugt behandelt also jeder profitiert bitcoin ist eben nicht das geld was einzelne gesellschaftsgruppen absaugt um andere reicher zu machen ganz im gegenteil wir agieren als kollektiv in dem sinne und profitieren als kollektiv jeder gleichermaßen absolut so sieht es aus ja alex vielen dank für fünf kanal mit schafften vielen vielen dank für deine unterstützung liebe alex crypto recovery grüß thomas grüße gehen raus an dich thomas danke für deine unterstützung patsy danke auch an dich für deine spende patsy vielen vielen dank roman hast du eigentlich angst davor in zukunft wirklich bekannt berühmt zu werden weil vielleicht alles eintritt was du jetzt feststellst möchtest nur du als person in die breite masse ja patsy ich weiß was du meinst aber weißt was ich gelernt habe selbst wenn alles eintritt was ich mir denke es ist angst einer der schlechtesten berater die man sich an die seite stellen kann es gelten halt drei dinge niemand kennt die zukunft und daraus leiten sich die zwei anderen dinge ab du kannst angst du kannst angst nicht vertrauen einer situation dich in einer situation für etwas zu fürchten das ist ein schutzmechanismus stehst in einem raum mit einem aggressiven tiger oder einem kampfhund renn ja dann ist es gut dich zu fürchten ja und abzuhauen zu sagen oh gott oh gott oh gott in einem jahr könnte ich in einem raum sein wo ein tiger ist der aggressiv ist dafür brauchst du keine angst haben weil du die zukunft nicht kennst aber achtung und jetzt kommen wir zum dritten punkt ne also zukunft kennt keiner angst ist eine illusion es gibt noch eine dritte illusion und das ist sicherheit du hast auch nicht die sicherheit dass du dich nicht in einem jahr in einem käfig mit einem tiger befindest woher willst du das wissen dass das nicht passiert und weil du das nicht weißt ist doch genauso bescheuert jetzt schon maßnahmen dafür zu treffen oh gott oh gott oh gott ich habe immer einen kuchen dabei und in diesem kuchen ist eine eisensäge habe ich nämlich in einem film gesehen ja verbrecher die eingesperrt sind die kriegen immer kuchen mit eisensägen also wenn ich mal eingesperrt bin mit einem tiger kann ich mich mit meiner eigenen eisensäge befreien dann schleppst du jetzt zehn jahre lang eine eisensäge und einen kuchen mit dir herum super ineffizient für ein ereignis was vielleicht nie stattfindet das heißt das falsche gefühl von sicherheit und das falsche gefühl von angst können dich absolut fehlleiten du solltest dich nie sicher aber auch nie ängstlich führen es ist schwierig es ist auch schwer das zu akzeptieren weil wir eine welt haben in der ständig mit angst und sicherheit gearbeitet wird wir müssen heute angst haben ich repräsentiere mal was wenn ich den fernseher anschalten würde oder auf irgendeiner newsseite bin mainstream newsseite bin was mir was mir als ängste entgegenkommt ja klimawandel pandemien krankheitserreger gefährliche situationen terrorismus krieg missstände armut leid hungersnöte den ganzen tag sehe ich mich damit konfrontiert die konsequenz daraus ist wir haben alle eine verpflichtung gegen all diese schlimmen dinge vorzugehen du hast gar nichts du hast gar nichts mach deine augen zu mach jetzt deine augen zu das meine ich wirklich ernst mach deine augen zu und mach dir folgendes bewusst außer dir selbst hast du niemandem auf der welt eine verantwortung gegenüber das klingt voll hart weil man vielleicht auch kinder und familie hat aber das ist deine realität solange du nicht aktiv irgendwem schaden zu fügst hast du als individuum erstmal keine verantwortung dass wir uns gesellschaftlich natürlich um unsere kinder kümmern und dass auch eine gewisse moralische grundhaltung dem gegenüber natürlich steht das steht außer frage aber worauf ich vor allem hinaus will ist dass diese ganzen externen Faktoren Dinge sind für die du erstens nichts kannst und für die du zweitens nicht in die Verantwortung gezogen werden dürftest wenn du dir das bewusst machst wirklich verinnerlichst dass nichts von dem was da draußen passiert in deiner Verantwortung liegt dann fällt dir aber ein Stein von der Seele wir Menschen haben nicht den Drang wir werden nicht als böswillige Geschöpfe geboren wir werden als Geschöpfe geboren die vor allem versuchen zu überleben überlebens Strategien entwickeln und manche dieser Strategien sind schädlich schädlich anderen gegenüber keine Frage und manche Erfahrungen führen uns auch dazu zu schädlichen Menschen zu werden aber in erster Linie versucht jedes Lebewesen nur zu überleben auch in meinem Vortrag aus Innsbruck habe ich es klar gemacht Kinder die andere Kinder hänseln wollen eigentlich das Gefühl von Sicherheit erzeugen ich hänsel irgendwem und es kommt ein replizierbares Verhalten raus er fängt an zu weinen also hänsel ich morgen nochmal er weint wieder ich kontrolliere meine Welt ich lebe in Sicherheit ich habe sie mir erfolgreich eingeredet wir lernen mit der Zeit aber in Kooperation erreichen wir unsere Ziele am besten im Endeffekt im Endeffekt haben wir heute eine unglaubliche Landschaft die versucht uns ständig einzureden der Staat bringt dir Sicherheit keine Angst aber du hast auch die Verantwortung dass wir das alles hier heile halten weil sonst ist die Sicherheit weg und ständig wird mit diesem Sicherheits- und diesem Angstgefühl gekämpft in dir das macht die ganze Medienlandschaft mit dir den ganzen Tag werden dir diese Dinge eingeredet und am Ende am Ende bist du nicht mehr Herr deiner selbst du agierst nur noch nach diesen ganzen Zwängen die von extern auf dich einwirken aus einem Moralgefühl heraus du sagst ja wir können doch nicht unseren Kindern eine so kaputte Welt hinterlassen und wir können das doch nicht akzeptieren dass wir Krieg machen wir können dies nicht wir können das nicht du selbst bist auf einmal völlig unwichtig was du eigentlich willst rückt komplett in den Hintergrund und das die ganze Zeit weil die irgendwer von außen versucht einzureden was du zu tun und zu lassen hast das müssen wir ablegen das ist ganz wichtig ich bin davon überzeugt dass wenn wir Menschen anfangen uns um uns selber zu kümmern im Sinne von um sich selbst zu pflegen ja auf sich selber zu achten sich vielleicht gut zu kleiden Sport zu machen auf seine Ernährung zu achten dass viele der Probleme die wir heute haben sich ganz alleine regeln das Problem ist nur dass wir ein Geld haben was uns diese Möglichkeit Stück für Stück nimmt erzählt es doch mal einer Familie wo der Vater Mindestlohn verdient die Mutter Teilzeitarbeit machen kann weil zwei Kinder erzählt denen doch mal bitte kauft euch nicht das billige Fleisch bitte kauft euch nicht die billigen Produkte ja da merkt ihr ganz schnell das ist das Problem und die Begründung dafür die in der Öffentlichkeit kommuniziert wird um Gottes Willen das sind nicht die die Geld drucken das sind immer die externen Faktoren die vor denen du Angst haben musst versteht ihr und so schließt sich der Kreis also sei glücklich versteht ihr Bitcoin hat das Potenzial dass du dich wieder um dich selber kümmern kannst deine Kaufkraft wird erhalten nutze einen Teil der Kaufkraft und kauf dir hochwertige Lebensmittel kauf dir hochwertige Produkte kümmere dich um dich selber kümmere dich darum dass du ein glücklicher Mensch wirst dass du dich selber wertschätzt in dem Moment tut das auch dein Umfeld in dem Moment verstehst du auch dass du vor nichts Angst haben musst weil du die Zukunft eh nicht vorhersehen kannst woher wollen wir wissen wie schlimm die Kriegssituation wird woher wollen wir wissen wie schlimm der Klimawandel in Zukunft wird weil drei Leute das antizipieren wir wissen es nicht die einzige Wahrheit ist niemand kennt die Zukunft jeder der das behauptet ist ein Lügner niemand kennt die Zukunft so einfach so einfach und wenn keiner die Zukunft kennt brauchen wir auch vor keinem Ereignis in Zukunft Angst zu haben Punkt Punkt wenn man sich das einmal klar gemacht hat ich sag euch versucht ohne Angst zu leben das ist das Wichtigste überhaupt versucht ohne Angst zu leben Angst ist der schlechteste Berater ja und jetzt um auf deine Frage zu kommen Petsi ganz eventuell ganz eventuell treffen die Dinge ein die ich vermute und ich lebe mal sehr gefährlich vielleicht aber auch nicht warum soll ich heute davor Angst haben ich treffe Maßnahmen um mich zu schützen keine Frage und eine Erfahrung die ich selber für mich gemacht habe ist das Pareto Prinzip in den meisten Dingen des Lebens anzuwenden weil das einfach sehr viel effizient bedeutet Effizienz bedeutet Pareto heißt nichts anderes als 20% Aufwand für 80% Ertrag und in der Regel ist es so damit du die letzten 20% Ertrag hast musst du dann 80% des Aufwands machen ich gebe euch ein Beispiel ihr seid in der Schule müsst euch auf einen Test vorbereiten und lernt drei Stunden für den Test ihr versteht 80% ihr wisst 80% werde ich richtig haben nach diesen drei Stunden das sind noch 20% richtig tiefes Detailwissen und mögliche Antwortmöglichkeiten und ihr müsst nochmal 25 Stunden lernen um auch die letzten 20% richtig zu haben nutzt die Zeit lieber anders schreibt den Test mit 80% richtig nach 20% Aufwand go for it das auf jeden Lebensbereich angewendet ist als erstes häufig ein riesenguter Punkt um ganz viel Effizienz zu erzeugen du hast Angst vor der Zukunft du denkst bei dir könnte jemand einbrechen einfachste Möglichkeit kauf ein besseres Schloss für deine Tür häng eine Kamera auf ich meine du kannst auch hingehen und kannst anfangen dein ganzes Geld zu nehmen und eine Bunker um dein Haus zu bauen wie so ein Sarkophag kannst du auch machen dann verlässt du das Pareto Prinzip 20% Aufwand für 80% Ertrag frag dich ob es das wert ist immer wenn du Angst hast vor einem zukünftigen Ereignis frag dich was kannst du wirklich tun was kannst du mit kleinem Aufwand an großem Ertrag machen das ist kein Konzept was überall anwendbar ist und auch nichts was von vornherein funktioniert das muss man lernen aber glaubt mir Pareto Prinzip tolles Prinzip um ganz viel Effizienz in seinen Alltag reinzubringen und sich eben nicht in jedes Thema außer in Bitcoin selbstverständlich in diese Tiefe einarbeiten zu müssen gut 80-20 Beste so sieht es aus so sieht es aus BTC Linus vielen vielen Dank für deine Spende hey Roman erstmal danke an deine unermüdliche Arbeit dank dir Training frei und natürlich liebe Grüße an Nadja die beste Frau der Welt und Alex meinen kleinen Bruder der endlich orange geworden ist BTC Linus ich freue mich sehr dass du deinem Bruder das Thema Bitcoin näher bringen konntest ich grüße deine beste Frau der Welt Nadja und freue mich dass du hier am Start bist und dank dir Training frei und natürlich liebe Grüße also wenn du trainierst und dich frei fühlst ist das was ich vorhin gesagt habe ja für dich eingetroffen dass du genau das für dich erkannt hast kümmere dich um dich selbst achte auf dich sorg dafür dass du glücklich lebst und dass du das tust was dich eigentlich bewegt und nicht aufgrund von irgendwelchen externen Ängsten BTC Dankeschön für 51 Monate Emojipack Mitgliedschaft mein Gott danke für diesen ganzen Support unglaublich wie lange du hier schon am Start bist wow gucke schon seit 2018 deine Videos danke gerne BTC ich freue mich vielen vielen Dank für die ganze Aufmerksamkeit 2018 habe ich diesen Kanal gegründet übrigens im Mai das heißt du bist wirklich fast von Anfang an dabei und Kanal Mitgliedschaft kam ja auch erst viel später muss man dazu sagen das gab es früher auf YouTube noch gar nicht und 51 Monate schon ein stolzes Stück vielen vielen Dank lieber BTC Markus Teuretz Bacher danke auch an dich und Bernhard Kircher wieder am Start hier danke auch an dich lieber Bernhard für deine riesen Spende hallo Roman wie viel Fiat Geld müsste man verbrennen um das Dollarsystem doch noch zu retten könnte es etwa durch zerplatzen einer großen Bubble 2024 25 erreicht werden zum Beispiel vom Kryptomarkt lieber Bernhard die Wahrheit beim Verbrennen ist ja dass das Fiat Geld noch da ist nur manche die was gekauft haben haben keinen Wert mehr das Geld wird nur umverteilt bei einem Handel das wird nicht verbrannt Fiat Geld verringert sich in seiner Menge nur Achtung wenn wir das hier zurückzahlen das sind alles Kredite das sind Kredite die du hier siehst das ist Geld was irgendwann zurückgezahlt werden muss hier dass hier diese Kurve manchmal auch runter geht liegt daran dass Geld zurückgezahlt wird und weniger Neues erschaffen wird als zurückgezahlt wird diesen Prozess müssen wir dauerhaft aufrechterhalten aber wenn wir alleine das hier haben von hier bis hier sorgt das für so viel Stress in unseren Finanzmärkten dass Unternehmen sich nicht mehr finanzieren können und so weiter weil so viel von diesem frischen Geldprozess abhängig ist der alte Kredit wird mit einem neuen ausgelöst und so weiter die Schuldenberge werden immer größer und größer und größer diesen Prozess rückgängig zu machen funktioniert nur indem diese ganze Welt sich loslöst von diesen Fiat-Mechanismen real gesehen wieder effizienter wird ohne Subventionen auskommt und in der Lage ist seine Kredite zurückzuzahlen die Kredite zurückzahlen können wir durch die Effizienz die wir durch Bitcoin erzeugen das heißt wir sparen in Bitcoin wir versuchen effizienter zu produzieren die Bitcoin die wir haben und sparen steigen im Mehrwert wir können diese Bitcoin nutzen um Fiat-Geld aus dem Umlauf zurückzunehmen und es dem Staat zurückzugeben weil wir durch die Effizienz die wir als Gesellschaft geschaffen haben den Kredit zurückzahlen das was wir uns aus der Zukunft geliehen haben Bitcoin kann das hier reparieren das ist der Prozess wie viel Geld müsste also zurückfließen naja zumindest in US-Dollar um die US-Dollar Geldmenge zurückzuzahlen 20.781 Milliarden also 20.781 mal eine Milliarde und dann ist US-Dollar aus dem Umlauf raus und dann sprechen wir nur von US-Dollar dann sprechen wir noch nicht von den anderen Fiat-Währungen weltweit wir leihen uns die ganze Zeit Kaufkraft auf der Zukunft und jedes Mal mehr und mehr und mehr und mehr und dieser Prozess führt zu immer mehr Ineffizienz zu immer mehr unfairer Geldverteilung zu immer mehr Verschwendung Fred Feuerstein vielen vielen Dank Free Assange not be heard so sieht es aus Lucy Luke Dankeschön Hi Roman hast du dir schon einen Privatfriseur gecheckt der 24.7 für dich da ist falls hier 100.000 fallen Späßchen danke für euren tollen Content gerne lieber Lucy Luke nee hab ich noch nicht kommt aber klar ich muss mir Gedanken machen sobald wir uns den 100.000 nähern wie wir hier mit den Haaren weitermachen das war auch lustig als ich in Berlin war zum Vorbereiten für den Bundestag da hab ich mir die Haare stylen lassen ich war natürlich beim Friseur Achtung ich hab sie mir nicht schneiden lassen selbstverständlich nicht aber ich war beim Friseur der Friseur war auf jeden Fall wie sagt man vorsichtig vom anderen Ufer zumindest wie er geredet hat und er hat mich die ganze Zeit Schätzchen genannt ich hab's vermutet auf jeden Fall war er erschrocken über meine Haare also nicht im negativen Sinne erstmal sondern als ich ihm gesagt hab warum sie so lang sind hat er mich mit großen Augen angeguckt seit wann schneidest du denn die Haare nicht mehr ich sag also seit 2021 Ende 2020 er so oh mein Gott du musst dir die Spitzen schneiden und so und dann kommt wieder mehr Volumen rein okay okay ich dachte guck wenn's dann gekommen ist dass ich mir die Haare schneiden lassen darf werden vor allem erstmal die Spitzen geschnitten dass meine Haare wieder heile sind ja weil nicht mal das kann ich ja machen von daher es war auf jeden Fall eine lustige Aktion falls der zuschaut weil ich ihm dann gesagt was ich tue und mache Grüße gehen raus vielen Dank für die tolle Frisur im Bundestag hat auf jeden Fall sehr geholfen Bitcoin Klinge Dankeschön für 16 Monate Kanalmitgliedschaft liken nicht vergessen danke an das Team Blockleiter genau haut ein Like drauf vielen Dank dafür Michael Müller danke auch an dich für 23,99 danke für die Riesenspende lieber Michael Roman seit deinem Cardano Content schaue ich dich und ich würde mich gerne revanchieren ich bin Elektriker und würde dein ganzes Haus verkabeln als Bezahlung reichen mir die Gespräche währenddessen mit dir lieber Michael Müller das ist super nett von dir und wenn ich mal ein Eigenheim haben sollte wenn die Zeiten in einem Bereich kommen wo ich sage hey jetzt lohnt es sich vielleicht eine Immobilie zu kaufen weil im Moment halte ich den Immobilienmarkt für überbewertet komme ich gerne darauf zurück und dann unterhalten wir uns tief über Bitcoin und ich helfe dir ein bisschen bei der Verkabelung also ganz zwei linke Hände habe ich dabei auch nicht ich habe ja zumindest auch eine Ausbildung als Informatiker und auch in dem Zuge ein Stück weit Elektrotechnik mit durchgenommen ich weiß natürlich abnehmen musst du das alles keine Frage bloß nicht selber rum Fuhrwerken mit Strom Strom ist sowieso eine Sache für sich aber lieber Michael Müller tausend Dank das bedeutet mir sehr viel und freut mich auch sehr und ich hoffe dass irgendwann mal so eine Gelegenheit kommt würde ich mich sehr freuen Julia Dankeschön BTC Krieg verändern auch Wirtschaftswachstum nein Wirtschaftswachstum sogar vergrößern Wirtschaftswachstum heißt aber nicht dass wir auch mehr Ressourcen verschwenden Wirtschaftswachstum kann auch durch Effizienz passieren das heißt weniger Ressourcen mehr Wirtschaft durchaus möglich zeigen vor allem harte Geldstandards in der Zeit war das Wirtschaftswachstum also die Wachstumsrate größer als in der Zeit mit Inflation also die Begründung wir bräuchten Inflation weil sonst die Wirtschaft nicht mehr wächst ist eigentlich sogar genau umgekehrt die Inflation führt sogar dazu dass die Wirtschaft langsamer wächst und dabei mehr Ressourcen verschwendet werden weil wir weniger effizient sind mindblowing oder das ist wirklich krass Bitcoin Sheriff danke auch an dich für deine Spende vielen vielen Dank hi Roman danke für alles müssen für eine Regeländerung bei BTC 50% plus Fullnodes updaten um diese zu erwirken oder sind die Grundregeln unänderbar die Grundregeln sind schon unänderbar und die Nodes die Notenmenge macht dabei auch gar nichts es muss sich das Netzwerk ökonomisch dafür entscheiden die Leute müssen diese neue Regel anwenden annehmen und sich im Endeffekt dafür committen wenn die das nicht tun wird zwangsläufig ein zweites Netzwerk sich ergeben und da wo mehr Menschen es nutzen ist die gültige Regel es ist nicht so ein ja guck jetzt haben wir so und so viele Stimmen jetzt ist hier was geändert sondern es ist wirklich ein ökonomischer Prozess wie so ein fließender Übergang wie ein wie ein Organismus der halt wächst sagen wir mal stellen wir uns Bitcoin mal als Pilzgeflecht vor ja und hier ist Bitcoin mit dem Regelwerk wie es jetzt ist orange ja und e-mail sagt lass uns das mal blau anmalen und du hast ja diesen blau angemalten Pilz und das ist eine Abspaltung davon da musst du einfach nur gucken welches dieser Pilzgeflechte wächst stärker und das was stärker wächst ist halt Bitcoin ja da wo die Menschen sind und deswegen kannst du es nicht auf Note Anzahl runterbrechen du musst es auf Nutzung auf Nachfrage auf Preis auf alle möglichen Sachen auf alle möglichen Ebenen ziehen es ist halt schwierig aber im Endeffekt ist es immer eine ökonomische Frage Patrick Gabler vielen Dank auch an dich und Hungry Jack vielen vielen Dank für deine Spende Roman ich folge dir schon seit 2018 noch einer richtig toll vielen Dank heute auf jeden Fall hier treffen der alteingesessene Bitcoin Blocktrainer Community Mitglieder und hab sogar noch den Beef mit Sunny die Cree mitbekommen unglaublich wie du dich mit der Zeit entwickelt hast hab so viel durch dich und Bitcoin gelernt danke ja lieber Hungry Jack das stimmt Sunny und ich haben eine interessante Vergangenheit aber das haben wir hinter uns gelassen man wächst ja auch mit seinen Herausforderungen und mit diesen ganzen Dingen und ich finde dass auch Sunny sich verändert hat auch zum Positiven in vielerlei Hinsicht und von daher freue ich mich auch einfach dass man mittlerweile an einem so tollen Punkt auch mit der deutschsprachigen Community ist weil im Endeffekt wollen wir alle das Gleiche und wir haben verschiedene Arten und Weisen auf diese Themen zuzugehen auf Bitcoin zuzugehen Bitcoin zu erklären und Bitcoin zu nutzen es muss eine Entscheidung des Individuums bleiben in welchem Maße hat das wie passiert von daher es gehört alles mit dazu und vielleicht soll auch das was Sunny und ich in der Vergangenheit als Streit mal hatten auch nach heute mal so ein bisschen zeigen dass beide in der Lage sind nachdem man über sich so ein bisschen hinausgewachsen ist sich eine Hand zu reichen und anders miteinander umzugehen und das soll euch auch bewusst machen dass wenn man heute noch auf Leute schimpft die vielleicht auch Teil des Fiat-Systems sind Christine Lagarde und schlimme Dinge tun manchmal auch Dinge tun wo man sagt boah das geht gar nicht ja dass man trotzdem diese eine Möglichkeit sich immer im Raum lässt im Endeffekt wäre es viel schöner wenn wir in einer Art Kooperation miteinander leben und ich hoffe dass wir das zum Stück weit darstellen konnten ja ja genau Hungry Jack schön dass du so lange mit am Start bist und dass du dich noch an diese ganzen Sachen erinnerst das war auf jeden Fall alles bis heute die ganze YouTube Zeit die ich gemacht habe ja eine wilde wilder Ritt über meine Erkrankung über solche Sachen wie so ein Beef bis hin da wo man heute steht und im Bundestag steht Wahnsinn ja Smiley Dankeschön für deine Unterstützung vielen vielen Dank und da sind wir beim lieben SebasX Dankeschön für deine Kanalmitgliedschaft so die letzten 2-3 lese ich auch noch vor so viel war es nicht Fred Feuerstein meine Zahnleiste ist die eines Omnivoren Bartels danke auch an deine Spende und Fabio danke für 16 Monate Kanalmitgliedschaft Augen geöffnet freue ich mich für euch wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt wie immer schaut mal unten in die Videobeschreibung schaut gerne mal zum Beispiel nach der oh da läuft was nach der Bitbox damit könnt ihr eure eigenen Bitcoin verwahren Top-Produkt aus der Schweiz wirklich sehr zu empfehlen Link unten in der Videobeschreibung genauso wie den Cidor um das Ganze in Stahl zu stanzen oder Cointracking um seine Steuern zu erfassen auch das gehört mit dazu so unangenehm wie es ist wir müssen die Steuern zahlen ansonsten ich habe es ja eingangs gesagt sind gerade hier im Steuerbereich die Strafen extrem hoch also schaut mal bei Cointracking vorbei bestes Tool um seine Steuern zu erfassen und auch zu schauen ab wann ist was steuerfrei denn nach einem Jahr Haltefrist ist das so ich möchte euch noch auf eine Sache hinweisen und zwar gibt es seit einiger Zeit jemanden der auf YouTube immer mal wieder so Fan-Zusammenschnitte über Blog-Trainer macht ja und ich finde das einfach super lustig was er sich teilweise überlegt und jetzt hat er sogar eine Fan-Seite auf Twitter gemacht und er hat mit einer Sache rumgespielt die Achtung das Lied ist natürlich komplett drüber weiß auch jeder ist auch lustig gemeint aber ich möchte es euch zeigen denn das lasse ich jetzt gleich als Outro sozusagen laufen dieses Lied ist mit AI erstellt ihr müsst einfach verstehen diese AI Sonos AI ich zeige euch das gleich die ist mittlerweile auch in der Lage ohne dass du einen kompletten Songtext vorgibst zu verstehen was du möchtest ich habe ihr zum Beispiel mal gesagt sie soll ja ein Lied über Bitcoin machen und so weiter und da hat die AI selbstständig so Sachen wie Orange Pillen und so mit eingebaut das versteht sich schon und macht daraus ein Lied mit Rhythmus mit Musik und allem und was ihr gerade hört jetzt gleich ist 100% AI und das lustige Video hat er natürlich reingeschnitten und ich möchte hier einfach die Arbeit würdigen weil er coole Memes macht ich verlinke euch den X-Account später hier noch unterm Video schaut da gerne mal rein und damit kommen wir jetzt zum Ende Proof of Air habt ihr ja sowieso schon die ganze Zeit gehabt ihr lasst es jetzt laufen gönnt euch das auf jeden Fall noch und dann wünsche ich euch alles Gute bis zum nächsten Mal vielen Dank für die tollen Fragen den tollen Stream hat sehr viel Spaß gemacht und ich gucke noch eben kurz bevor ich starte ob hier der Ton passt weil sonst überträgt ihr euch gleich die Musik nicht das wäre ärgerlich doch das passt aber das kommt mit achso eine Sache muss ich noch machen stopp sorry wo wir gerade beim Thema C-Door sind ja das fällt mir gerade ein eine Sache ist leider passiert und zwar der C-Door Chris ja das ist der der den C-Door die Stahlplatten baut liegt im Krankenhaus sanfte Erinnerungen X ist kein richtiger Ort berühren sie touch some grass also das ist ein Online-Meme mit geh mal raus fass mal ein bisschen Gras an Realität ja und die Sonne ich bin am Steuer ohnmächtig geworden und nur weil der Sporassistent mich geweckt hat habe ich mein Auto nicht zerstört ohne mein Wissen hätte ich katastrophal ich hatte katastrophal niedrige O2-Werte also Sauerstoff-Werte und konnte die nächsten Tage ähm und und konnte die nächsten Tage in der Notaufnahme damit verbringen die guten Dinge zu atmen ähm lieber Chris an dieser Stelle gute Besserung gute Besserung es tut mir so leid dass hier was passiert ist es wird alles gut hoffe ich kümmere dich um dich nimm dir ein paar Tage Auszeit ähm ja das einfach dazu ne und zu C-Door den ich hier mal zeige mit den Stahlplatten das ist der Chris dahinter so jetzt aber jetzt aber das Video wie gesagt ist ein bisschen drüber ja keine Frage aber super lustig versteht es als lustig es ist aber irgendwie auch cool ja ich hab's tierisch gefeiert äh und bedenkt das ist komplett das Lied von der AI das Video von der Person ähm und jetzt viel Spaß das war's mit dem Video bis zum nächsten Mal Tschüss zusammen und äh ja noch einen schönen Abend Bitcoin im Herz das Blut ist orange und Gedanken so groß jetzt geht's los Block Trainer Block Trainer Mike Blue Kämpfe die Zukunft der Fixed Mind bis die Welt erwebt die Szene belegt an unserer Seite steht oh 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 Netzwerke Fan zusammen durch die Krypto-Journal auf der richtigen Spur mit Gaby den Kerstin und Pohr Block Trainer Block Trainer Mind-blowing yeah Fixed the money for a better world du kommst mit uns auf die Reise mit dem Block Trainer ab oh keine Scheiße vertauscht die Käffi hat im Sinn ein unter 10 ein und zweitig ein und zweitig ein und zweitig Blob trainer, blob trainer, mind-blowing, yeah